Oh nein, die Minis haben mit dem Milchschokolade geschehen. Wir sind in großen Problem. Die Minis haben mit dem Milchschokolade geschehen. Du bist in großen Problem. Ganz normale Jump'n'Run-Plattform-Sachen machen. Wir können uns mit den Pfeiltasten bewegen, mit der Leertaste springen und sogar einen Drehangriff machen. Im einen oder anderen mag das bekannt vorkommen. Wenn mich nicht alles täuscht, kann man das quasi genau so in Crash Bandicoot, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. So, man kann auch schräg laufen, aber das ist eine Besonderheit. Sobald man hier zwei Tasten drückt, lasst mich lügen. Ich glaube, nach rechts geht es. Genau, kann man springen. Wenn ich es sonst nach links mache, springt der Charakter aber nicht. Das führt zu interessanten Situationen, die man quasi berücksichtigen sollte. Und zwar bei den Matheaufgaben. Da werde ich das aber noch einmal zeigen. Da habe ich nämlich wahrscheinlich mehr Platz. Denn da muss man teilweise diagonal springen und das diagonal springen ist dann völklicherweise in eine Richtung schwieriger. Okay, jetzt machen wir es mal mit dem Sprungangriff. Ja, die Steuerung hier ist manchmal nicht ganz so toll. Aber wir nehmen auf jeden Fall die Schoki mit. Okay, Herr Schoki. Nichts so weit am Rand, weil wir können da eingeklemmt werden. Und wir haben ein Drittel einer Geheimformel gefunden. Jetzt müssen wir gucken. So, hoffentlich hier noch die zwei andere Teile finden. Was so wichtig ist, sowas wie dieser Schokoladenklecks ist alles böse für uns. Deswegen sollten wir da möglichst einen Bogen drum machen. Das ist schon der Checkpoint. Okay, haben wir auch. Entledigt. Jetzt vorsichtig. Hier haben wir eine schöne Kurve. Ja, und da haben wir das wundervolle Prinzip der Kamera. Eigentlich wollte ich da nur ganz gemütlich seitlich rüber. Aber er lässt mich nicht. Und dementsprechend ist es das Risiko nicht wert. Wir gehen hier einfach mal weiter. So, hier drüben. Mal eine schöne Walze ziehen. Die Schokolade schon mal schön plattwalzt. Und hier drüben wird es noch vereinzelt. Jetzt geht es hier vorsichtig. Zack, zack. Damit haben wir die Formel komplett. Ja. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier hatten wir übrigens gerade das Problem mit dem Sprung. So, weil wir jetzt die ganze Formel eingesammelt haben, haben wir ein Bonus-Level, wo wir aber meines Wissens nach nur mehr Minis und damit mehr Leben einsammeln können. Aber schauen wir mal. Natürlich ist die Steuerung wieder bombastisch. Was natürlich hier mit dem Ganzen umgedrehen. Ja, sowieso schon. Nicht ganz so schön ist. Es wird auch immer schneller. Biegen hier mal ab. Als Kind war ich hier unglaublich schlecht bei. Wohl ein bisschen einen Tacken besser. Also, wobei hier bin ich ganz, ganz schlecht gewesen. Wir haben hier drin auch, glaube... Oh, doch, wir haben, glaube ich, sechs Versuche. Ja, wir haben hier sechs Versuche. Die werden wir wahrscheinlich auch alle benötigen. Aber ich muss auch sagen, hier drin dreht sich sehr schnell einem alles. Und weil die Kamera natürlich mit jeder Kurve automatisch zieht und sich da bei unser Flugwinkel anpasst, ist es halt auch gar nicht so toll zu steuern. Ich merke schon, ich beschwöre mich ein bisschen viel über die Steuerung. Aber nichtsdestotrotz macht das, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es einigermaßen. Ah! Oh, ich dachte, da kommt noch eine. Okay, sieht gut aus. Sieht doch nicht ganz so gut aus. Ach, ich kann das nicht so gut einschätzen, ob ich da jetzt schon dran vorbei bin oder nicht. Okay, jetzt kommt wieder diese wundervolle, äh, Gila-Hypnose-Tunnel. Aber diesmal sind wir ganz gut dabei. Okay, jetzt kommt wieder Hühnchen-Ding. Perfekt richtiges Loch erwischt. Okay, jetzt sind wir draußen. Das da hinten sieht nach dem Ziel aus. Und... Das ist natürlich... Doch, ist es. Wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals geschafft hatte. Aber nach dem Nervenkitzel brauchen wir erstmal ein bisschen Entspannung, würde ich sagen. Und kümmern uns um die Multiplikation von ganzen Zahlen. Okay, jetzt 2 mal 11. 2 mal 11. 10 mal 11. 10 mal 11 sind 110. 9 mal 11 sind... 9 mal 11. 99. 8 mal 11. Und das sind 88. Cool. Die können wohl nur die Zahl 11 benutzen. Okay. Wieder die Multiplikation. Diesmal haben wir ein bisschen mehr zur Auswahl. 11 mal 2. 1 mal 11. 0 mal 11. So, jetzt haben wir das Problem. Wir können nicht schräg rüberspringen automatisch. Das heißt, wir müssen quasi gerade springen und dann im Sprung rüberziehen, weil die Steuerung das nämlich nicht hergibt. Seht ihr, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen das einmal kurz testen. 11 mal 9. Okay, wir springen uns nochmal ein Sprung und dann... 11 mal 9. Wir müssen das so probieren. 11 mal 9. Okay, 99. 11 mal 11. 121. 11 mal 9. Okay. 4 mal 11. Das Ganze nochmal. Okay, wir haben's. So. Wie gesagt, die Linkssprünge sind am schrecklichsten. 0 mal 11. 7 mal 11. Natürlich. 11 mal 1. Kommen die natürlich jetzt öfters. 0 mal 11. Den können wir springen. 11 mal 7. Und den... Leider nicht. Okay. Hälfte haben wir, glaube ich. Oder ich glaube sogar, das hier ist das letzte. 3 mal 11. Ja, sie haben's heute mit der Zahl 11. 3 mal 11. 6 mal 11. 11 mal 10. Okay, wir machen wieder unseren schönen Linkssprung. 11 mal 3. 11 mal 6. 8 mal 11. Damit müssten wir's, glaube ich, haben, falls wir jetzt nicht auf diesen letzten Meter hier noch über die Schokolade fallen. Und dann würde ich mal sagen, schließen wir die Milchschschokolade hier ab. Genießen dabei die groovige Musik. Oder ein Bad in der Schokolade. Sucht euch aus. So, da sehen wir unsere wundervollen Freunde. Die... grünen Kisten. Und die Kleinen hier sind auch ganz aktiv dabei. Hier einmal ordentlich die... Scho-Soße durchzurühren. Wir haben auch schon wieder ein Teil. Der Formel. Der ist wohl auf... Bisschen auf Speed. Oh, die sind aber ziemlich zügig. Nehmen wir den auch noch mit. Ja. So, die Roten. Ich finde wiederum eine Besonderheit, wenn wir die anspringen. Zielen die runter. Das heißt, wir können die einmal antippen. So, jetzt hier nicht zerhäckseln lassen. Okay, geschafft. Nicht zerhäckseln gelassen. Hopp. Ah, sehr viel. Hm. Ah, da erinnern wir uns. Der Liebssprung. Na, Leute? Den lassen wir mal aus. Das könnt ihr nämlich echt dran scheitern, dass wir die Linkssprünge nicht hinkriegen. Ah, wir haben schon mal die Formel. Achso, falls wir uns in diese Roten übrigens rein drehen, explodieren die aber trotzdem sofort. Das heißt, das sollten wir möglichst runterlassen. Wir sind aber echt ziemlich gut durchgekommen. Oh, no! Ich würde mal sagen, wir wurden ertappt. Ich würde mal sagen, wir wurden ertappt. Dann machen wir noch das Bonus-Level. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Also, so sieht das schon mal nicht ganz so gut aus, wenn wir den Tempo weitermachen. Okay, wir können nicht nach schräg unten springen. Das müssen wir berücksichtigen. Ich sag's noch. Weil der Klecks ist auch gefühlt deutlich größer, als er da aussieht, aus meiner Verteidigung. Lassen wir das, wir rennen einfach. Lasst uns einfach rennen und hoffen, dass wir dabei nicht sterben. Gut, da sterben wir. Das heißt, wir müssen schräg springen. Ich glaube nicht, dass wir das Bonus-Level schaffen, wenn ich ehrlich bin, Leute. Deswegen sind wir einfach mal froh, dass das hier nur ein Bonus-Level ist. Wir können natürlich probieren, ob wir an der Seite vorbeikommen. Aha, dran vorbeigekommen. Zack, zack. Oh, das sieht gut aus. Und der sieht aber nicht so gut aus. Huch, was ist da gerade passiert? Ich glaube, ich darf nicht gegen die Stromleitung, oder was auch immer das ist, komm. Doch, ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Ne, pass mal auf. Er hat sich nicht gedreht, das war nicht ich. Okay, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Da müssen wir eine ziemlich gute Sprung-Einlage machen. Und wir können in der Luft nicht. Doch, ich muss die Taste aber sofort loslassen. Probieren wir das mal. Nein. Das will er nicht. Tja, Leute. Dann haben wir nach diesem nicht geklappten Bonus-Level erst mal Pech gehabt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Level 3. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Level 3.